So, die Anina ist an der Sonne, wie es sich gehört. Wir beide besuchen Serge von Provix. Hallo zusammen. Hallo. Er zeigt uns heute das Pit-Injektionssystem. Schiess mal los. Der hier ist vorbereitet. Also können wir Tests machen. Sie kann hier mal recht dranhängen. Oh, das hält. Ja, das wäre eigentlich ein klarer Fall für den goldigen Baumeister. Ja, das wäre einer. Den würden wir geben. Von dem müssen wir geben. Wir haben gar nicht damit gerecht. Ja, ihr seid mir noch sicher. Ich habe das Gefühl, wir schicken Anina, wenn sie schön brüniert zurückkommt. Das bestand ich. Die kommt zu dir und bringt den. Ich habe darum auch etwas vorbereitet, dass man das einmal zeigen kann. Schön. Also ihr seht jetzt hier gut. Ich habe jetzt hier drei Angelstangen reingemörtelt. Und da sieht man gut, wie sich das dann spreizt. Das verbindet sich eine chemische Verbindung von zwei Komponenten, die dann aushärten. Okay. Ja. Und wie macht man das? Ja, ich würde sagen, wir machen es gleich zusammen. Dann wüsst ihr das, oder? Ja. 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 Und da kommt schon das richtige Element. Der Ausblossbalken. Das müssen wir hier zuerst einmal reinigen. Ja, das müssen wir noch etwas ausbeürsten. Das ist alles in unserem Profix-Pit-Injektionssystem-Set, wo eigentlich alles drin ist. Jetzt kommt zuerst die Kunststoff-Siebhülse rein. Die Pistole. Genau. Die ist auch in unserem Set drin. Jetzt kannst du das hier drauf tun. Das ist Piralwies. Ja. Und jetzt schrauben wir natürlich, dass ich die zwei Komponenten gut vermische. Dann machen wir jetzt hier drauf einen Vorlauf. Da vorne ist es doch noch etwas heller als hinten. Ja. Und das zeigt mir gut, dass sich jetzt meine zwei Komponenten vermischt. Okay. Jetzt kannst du das einfach reinfüllen. Dann kannst du weiter rein. Genau. Dann kannst du die auf die Seite legen. Dann klemmt das Käppchen. Jetzt klemmt das Käppchen zum. Genau. Und jetzt kannst du unsere Ankerstange ganz langsam, drehen und reindrücken. Dann kannst du die Mieter. Das habt ihr super gemacht. Jetzt lassen wir das aushärten. Und was ihr es habt, habt ihr ja gesehen. Das war eine Vergoldung-Baumeisterin. Dann kommst du rüber. Alles klar. Herzlichen Dank. Ja. Herzlichen Dank. Tschüssi. Wir waren jetzt hier. Kevin, danke. Euch auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.